ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Break Force heute wieder zu weh gegen die kleine Betriebe 7 mit Erichs 4 Benito 09 und Theo 0 2 ja wo wir losfahren das heißt Theo 2 Mann da hab ich das gesagt hast du gesehen was ich Boxer geschrieben hab das mit Nades ich kann nicht mein PC hängen ich immer mein CV auch sorry hm 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 los komm mach ready ne mach nicht ready weil der dich ready hat ach so das war ja mach einfach alles auf ich bin fair ist das LP immer noch so? du uns fair der soll bereit machen ja warte ich muss auch noch ganz kurz bevor ihr ich dachte schon mal ne? nein oh Alter nee los komm mach los fertig jetzt fertig jetzt fertig jetzt ey Eric mach los Eric mach einfach los mach einfach los okay ich mach los jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los ready set go ich denke ich bin ich bin kann sein dass ich schon dafür um für äh das hier raus umfliegen na klar umfliegen nur genau bei deinem Anblick bei deinem Anblick kriege ich um umfliegen kommt sie wie ein kommt sie wie ein zu raum 2 gleich gleich vergleich ey lass mich mal Dach er 2 2 dach 2 dach 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 laut laut dach dach ja der war easy alt gebraucht und hier sind sie bekommen damit nicht mehr zahlt nicht mehr das ist ein er ist dauer aber ich bin ich will ich er hat jetzt da die Welt aber er muss die sie kriegen hat nichts oder es die kommen wo sind die arten eigentlich das sind sind sie irgendwie das ist hohe mann wer da doppelt so viel wie du wer ist das ich kann nicht lass mal war eric ja da war er besorgt dass einer lag alle lager alle sei nichts mehr ich habe nichts mehr die box sagt aus den klaren wieso da hat nichts mehr das ist nach schade kommt noch einer was soll bis zum feld gerade von mir ich glaube ich bleib lieber bei meiner ohr johann da kommt leute das kann ich angewillige so weit den fahrrad 9 hat er mich gezogen gibt es nicht immer alle zwei downs 9 3k opfer und ich habe hier gar nichts mehr das hat gar nichts mehr sagt gar nichts mehr klar oder was er weiter fällt gerade übelst alter besser und nicht warum alter manik hat sich gerade vollem abgrund mann wir sind ja noch schnell die ab dem und wird in einer Art schreiben an dass er kommt und kommen soll ja ja was Hacker Hacker 3 Hacker zu schütteln aber auch auch es kommt ja am Ende aber es bei der Ock und die Leiter Hach komm und bleiben okay ich bin Kunde alle alle nach hinten an der Werbung ich bin ich auch Bock auf Kondos kann es werden oben bleiben nein zu spät wenn er wasser kommt gern wo die schon kommen die sieben Winkler ist da ich bin da klar die Lasse er sagt einfach drei Minuten kommen wir kommt dann kriegst du immer ich hab ich mal nicht Nein wir dürfen keinen nütze Leute wo sind denn die alle? das ist ja ganz ruhig er ist ja ganz ruhig sagst du noch gar kein Kehl Erick? ich bin hier voll die Assist Hure ich hätte hier jeden an und ihr kelt sie das geht mir richtig auf die Nerven Lass ihn mal im Spawn mal fahren schon wieder ich hab den alles gezogen wollen wir 6 gegen 6 machen? nein Mann das ist doch scheiße hier mit der Saurus geh mal auf der anderen Seite ich fühl mich hier voll gemobbt bist du auch Hilfe 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 ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr der steht da der steht da da ist noch einer der hat nichts mehr hinter dir warum fang der nichts mehr da Wann du? er reg er reg er reg nein ich meinte er reg ja ist er klompfi ja verlassen alle er reg er reg das leber das leber das leber das leber das leber ihr holt jetzt schon ich will mich verarschen ich will mich verarschen er kann ich mal eine Nade werfen willst du mich verarschen man? ne warte ich will stehlen Erick nicht gegen Naxos Alter gut der wirft Nades oder? ich schaff jetzt auch mal nicht er regt ganz ruhig bleiben das wird aus er wird hier gerade gefarmt wer wirft hier Nades? der wirft Nades oh der wirft Nades doch keine Nades ja ey das bock gegen den komm was? was? na ich will mich killen lassen von ihm ey eric hat immer noch keinen kill eric ey jetzt schießt mal keiner außer Werder alter einer rauscht hier übelst ich nicht alter der soll sich stumm stellen hallo eric yo ja man Werder das ist scheiße das komm ich will den trollen ja klar jetzt mach du nimmert treu ja klar jetzt mach du nimmert NEIN na wie lang dauert eurer Mädchen noch? äh ne wo ist der? junger Park eyler schalte mal bitte in deinen Brickwurst ton aus ok hallo eric yo ja mach's nicht ok danke ja und herr du kleine Lappen Lappen man aaaah man Alter soll ich mal den netwerk Alter wie schnell ist der eigentlich Alter wir werden wir schon die ganze Zeit nehmen 995 läuft alter ja jetzt auf einmal schießt der ne ja ich versteck mich in der Schwerde das ist doch bullshit lol ich und ja wasser ruhig jetzt regt übel aus ja und das war's mit dem netflay bis zum nächsten mal und tschüss tschüss